bismillahirrahmanirrahim salam alaikum liebe schwister alhamdulillah heute ist der erste fastentag ein paar datteln, bisschen Olivenöl, bisschen Brot auf frühen morgen alhamdulillah bismillah und denk dran immer viel wasser viel wasser und pack dir das und denk an der prophet das heißt man denkt vielleicht den ganzen tag das kann ich gar nicht schaffen, aber wenn man suhur macht dann schafft man inshaallah, denn der prophet sagt das barakah, da ist Segen drin, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh und haltet das Fasten durch.